Hallo Kackbratzen, die vielleicht eher für die Toshinden-Reihe auf der PS1 bekannt sind. D3-Publisher veröffentlichte dann Demolition Girl zunächst in Japan unter dem Namen Daibijin und als Spiel ihrer Low-Budget-Spiele-Reihe Simple Series, die übrigens schon auf der PS1 ihren Anfang fand unter der wir auch eine Handvoll Hello Kitty-Spiele finden, aber auch einige Rollen- und Sportspiele sowie Dating-Sims. Demolition Girl ist aber von einem ganz anderen Kaliber. Besser gesagt sind es sogar zwei, denn mit diesen Existenz... Ihr liebt frustrierend schwere Survival-Horror-Spiele? Ihr wolltet schon immer mal die Köpfe eurer Feinde mit purer Gedankenkraft zum Explodieren bringen? Dann hab ich das perfekte Spiel für euch! Heute sprechen wir über ein vielleicht wenig bekanntes Survival-Horror-Spiel für die PS1 namens Galerians. Dieser Cyberpunk-Thriller wurde von Polygon Magic entwickelt und 1999 von Crave Entertainment veröffentlicht und man hat hier wirklich einen packenden Horrortitel zusammengeschraubt, der seinesgleichen sucht. Für die PS2 folgte mit Galerians Ash zudem ein würdiger Nachfolger, aber es scheint so, als ob dieses Franchise komplett in der Geschichte untergegangen ist. Und das ist schade, denn auch wenn die Story vielleicht nicht so einprägsam ist wie ein Ghost in the Shell, hat man hier wirklich gezeigt, wozu Spiele in Sachen Story und Cyberpunk fähig sind. Die Handlung dreht sich um Rion Stina, einen Jungen mit Gedächtnisverlust, der eines Tages in einem Labor aufwacht. Als er gerade dabei ist, alles wieder auf die Kette zu bringen, entdeckt er, dass er anscheinend über psychische Kräfte verfügt, mit denen er nicht nur in seinen Erinnerungen eintauchen, sowie Dinge zum Schweben oder in Brand setzen kann, sondern dass mit seinen Kräften sich auch ganz einfach Menschen töten lassen. Rion findet heraus, dass er wohl nicht der Einzige mit dieser Begabung ist und kommt dabei einem großen Mysterium auf die Schliche. Es scheint so, als ob er die Schöpfung eines Dorothy genannten Supercomputers ist, der mithilfe der Galerians genannte Wesen die Menschheit auslöschen möchte. Es liegt nun am Spieler und natürlich Rion dieser künstlichen Intelligenz, den Gar auszumachen. Galerians ist ein unheimliches Sci-Fi-Abenteuer und ein perfektes Beispiel für einen waschächten Survival-Horror-Titel. Es greift zwar in gewisser Weise den Kern eines Resident-Evil-Spiels auf, aber man hat die Mechanik auf Hochglanz gebracht und extrem verfeinert. Es gibt wunderschöne vorgerenderte Hintergründe und statische Kamerawinkel, Schlüssel und Türen, Notizen, Rätsel, Schockmomente und natürlich die obligatorischen Kämpfe. Also das perfekte Grundrezept für einen Horror-Titel. Wenn man aber Galerians zum ersten Mal spielt, werden einem die weiten Kameraperspektiven wohl sofort ins Auge fallen. Die Szenen sind sehr weitwinklig und manchmal kommt man sich nur wie ein kleines unbedeutendes Wesen vor, das sich in den unglaublich tiefen Gängen beinahe schon verliert. Dies verstärkt so sehr das Gefühl der Einsamkeit in dieser komplett bedrückenden und erdrückenden Atmosphäre. Wo man aber wirklich etwas Innovation ins Spiel gebracht hat, ist der Kampf. Das auf psychische Kräfte basierende Geplänkel ist nicht nur besonders effektiv, sondern auch ziemlich seltsam und vor allem beängstigend. Aus heutiger Sicht gibt es vielleicht ein kleines Problem mit dem System, denn damit seine psychischen Kräfte auch nie versiegen, muss der gute Rion Drogen einwerfen. Aber vermutlich sind Drogen heute nicht annähernd so umstritten wie so mancher Woka-Pillepalle. Guti, wir spielen also einen drogenabhängigen Teenager und weil natürlich eine Pille total langweilig wäre, können wir uns bis zu drei verschiedene Sorten geben mit jeweils unterschiedlicher Wirkungsweise. Mit der guten roten Pille können wir Menschen in Flammen aufgehen lassen. Mit Naikon können wir unsere Gegner mit psychischen Kräften bombardieren und das gute Dephilon, nicht zu verwechseln mit der Antihaftbeschichtung eurer Pfanne, ist Nahrung für die Telekinese, mit der man unsere Feinde mit Schmackes gegen die nächste Wand pfeffern können. Der Schlüssel zum Sieg ist allerdings nicht nur das Timing, sondern auch wie dieses System überhaupt funktioniert. Normalerweise drückt man auf den Knopf und die Spielfigur feuert auf den Feind. Drückt man in Galerien nur kurz auf die R1-Taste, passiert erstmal nichts. Der Trick ist, dass man die rechte Schultertaste gedrückt halten muss, bis sich die psychischen Kräften aufladen. Je länger man gedrückt hält, desto stärker ist der Angriff. Man darf sich während der Aufladephase nicht stören lassen, denn erstens nimmt man Schaden und zweitens wird der Angriff abgebrochen. Im Prinzip klingt das nach einem sehr einfachen System, aber auch nur so lange, wenn man es maximal mit nur einem Feind zu tun hat. Denn im Laufe des Spiels nimmt die Schwierigkeit des Kampfes exponentiell zu. Sobald es dann mehr als zwei Feinde im Raum gibt, wird das Kampfsystem ein wahrer Schmerz im Allerwertesten, da nur eine kleine Berührung schon ausreicht, dass der eigene Angriff unterbrochen wird. Und da man eben nicht kurz mal einem eine Kugel zwischen die Augen jagen kann, um sich einen Moment Platz zu schaffen, läuft man wie blöde im Level rum, um sich Abstand zu verschaffen und versucht so gut es geht in dieser Zeit so schnell wie möglich seine Feinde zu rösten. Es lohnt sich also zunächst abzuwägen, ob man wirklich einen Feind angreifen muss oder ob man nicht die Beine in die Hand nimmt und in den nächsten Raum flüchtet und auch wenn Galerians an sich keine direkte Schleichmechanik hat, gibt es immer wieder die Gelegenheit schnell einen Feind auszuschalten, bevor er sich zu euch umdreht. Rion verfügt zudem über eine Art Geheimwaffe. Dank der Wutpunkte, die man auch während eines Kampfes sammeln kann, kann unser Held einen Kurzschluss auslösen. Hat die AP-Leiste ihren Maximalwert erreicht, versetzt sich Rion in eine Art todbringenden Trance. Blitze knistern aus seinem pochenden Kopf und jedem, der in seine Nähe kommt, wird die Rübe explodieren, was eine ziemlich blutige und gruselige Angelegenheit ist. Aber der Kurzschluss erweist sich als sehr effektiv, wenn man es gleich mit mehreren Feinden zu tun hat. Es gibt da nur einen Nachteil. Denn was sich jetzt nach einer extrem lustigen Kampfmechanik anhört, hat einen sehr großen negativen Effekt auf seine Gesundheit. Seine Wutanzeige nimmt ständig zu. Nicht nur im Kampf, sondern auch das Einwerfen von Pillen und das Herumwandern in den Gängen lässt über die Zeit seine Wut ansteigen. Diese Mechanik erzeugt einen ständigen Druck, denn Rion ist quasi eine tickende Zeitbombe, da eine maximale AP-Anzeige nicht nur seine Bewegung einschränkt. Rion kann auch keine Angriffe mehr ausüben und seine Gesundheit geht rapide gegen Null. Der einzige Ausweg sind die Delmetor genannten Tranquillizer. Man wird leider nicht allzu viele Pillen finden und mit zunehmender Zeit wird man auch immer mehr Beruhigungspillen benötigen, da anscheinend seine Abhängigkeit ins Unendliche steigt. Einerseits kann man mit dieser Mechanik effektvoll seine Feinde ausschalten, auf der anderen Seite bereitet sie auch sehr sehr viel Frust. Man sollte versuchen, so gut es geht jeden Kampf zu vermeiden, aber selbst dann wird sich die AP-Anzeige auffüllen. Einen richtigen Ausweg gibt es also nicht wirklich. Es ist die wohl heftigste Kampfmechanik, die wir je in einem Spiel erleben durften, macht aber das Spiel so unverwechselbar. Und so richtig wird man auch nie den Kämpfen ausweichen können. Zu Beginn wird man gegen eher schwächere Feinde wie Laborwissenschaftler und Sicherheitspersonal kämpfen müssen. Später aber wird es ein wenig happiger, denn es warten Roboter, schwer bewaffnete Forschungsarbeiter, psychisch kranke Gestalten mit Hut und andere dämonische Wesen auf euch, die mitunter sogar Säure auf euch spuken können. Dabei steht der Kampf gar nicht mal so im Mittelpunkt der Story. Rion kann seine psychischen Kräfte auch dazu nutzen, um Bilder und Informationen zu empfangen, indem er einfach die Aura eines Objekts oder einer Person untersucht. Da das Spiel keinen leuchtenden Hinweis darauf gibt, was man nun anklicken kann und was nicht, empfehle ich euch in den Räumen einfach auf alles zu klicken, was nicht nid- und nagelfest ist. Diese psychotischen Wahnvorstellungen sind jetzt aber nicht nur schön anzusehen, sondern sind zudem ziemlich nützlich, um die vielen Rätsel lösen zu können. Man blickt aber nicht nur in seine eigene Vergangenheit, sondern kann auch in den Gedanken anderer stöbern. Und hier dürft ihr euch wirklich auf einen Sack voll verstörender Zwischensequenzen gefasst machen, die euch sicherlich teilweise im Hals stecken bleiben werden. Dieses exquisite Storytelling ist absolut ungeeignet für Kinder. Die Handlung ist nicht nur so düster und unmoralisch wie nur möglich, sondern die Hauptwaffe der minderjährigen Hauptfigur sind Pillen. Zu sehen, wie ein einfacher Junge Drogen nimmt, die tatsächlich negative Auswirkungen auf seinen Körper haben, während man spielt, ist alarmierend und dennoch emotional fesselnd. Und vermutlich sind die Zwischensequenzen auch der Grund, warum das Spiel auf ganzen drei CDs ausgeliefert wird. Die Qualität der Filme ist einfach fantastisch. Über die Dialoge und die Charakteranimation kann ich nicht wirklich das Gleiche sagen. Die Charaktere sind einfach bei weitem nicht ausdrucksstark genug. Ihre Münder bewegen sich kaum und zumindest die englische Version ist oft flach oder seltsam gespielt. Wie wusste du das? Dein Gesicht ist verbraucht. Andererseits sind seltsame Dialoge in diesen Spielen ja nichts Neues mehr. Der Sound ist aber dann wieder absolut in Ordnung. Die Hintergrundatmosphäre ist subtil und unheimlich, auch wenn die Musik relativ karg ist und vielleicht sogar ein wenig an ein Silent Hill erinnert. Auch alle anderen Geräusche hat man perfekt hinbekommen. Es gibt die typischen Schrittgeräusche, die absolut gruseligen Kampfgeräusche und die erschreckenden Schreie eurer Feinde, wenn man sie wieder mal in lebendige Fackeln verwandelt. Was einem beim Spielen auch sehr im Gedächtnis bleiben wird, sind die fabelhaften Bosskämpfe. Und die sind unfassbar fucking gut. Man trifft hier auf die Galerianer und mit ihnen ist nicht gut Kirschen essen. Ein jeder Boss hat eine andere psychokinetische Kraft, mit denen er euch in Stücke reißen wird. Sie sind unfassbar böse und teilweise auch sehr schwierig zu besiegen. Und wenn man mal einen Augenblick nicht aufpasst, hat das letzte Stündlein geschlagen. Denn die Galerianer werden euch buchstäblich die Eingeweide aus dem Leib reißen. Das Spiel hasst euch ab dem Punkt, an dem ihr die CD ins Laufwerk legt oder das ROM startet und bis zum Schluss wird es ein sehr harter Kampf ums Überleben. Leider kann man in einem Bosskampf nicht wirklich gut erkennen, ob man nun gute Fortschritte macht. Manche sind so unheimlich lang, so dass man sich ständig fragt, ob man überhaupt Schaden austeilt oder nur Löcher in die Luft schlägt. Wenigstens ist das Spiel so nett und lässt euch so oft ihr wollt einen vergeigten Bosskampf wiederholen. Wenn man es genau nimmt, ist Galerians kein wirklich langes Spiel. Aber es wäre auch total falsch, wie ein wild gewordener Handfeger durch das Spiel zu hetzen. Wer sich keine Zeit nimmt und sich durch die Story klickt, wird niemals die Heftigkeit des Spiels verstehen. Man muss die Atmosphäre aufsaugen und sich während der ganzen Zeit in die Haut von Rion versetzen. All die schrecklichen Dinge, die er erlebt hat und alles, was während des Spielens passiert, wird euch stellenweise den Hals zuschnüren. Galerians ist nicht perfekt, aber dafür ein sehr mutiges Experiment mit sehr vielen großartigen und originellen Elementen und vor allem mit einer wirklich erdrückenden Atmosphäre. Die dunkle und gruselige Welt wird euch völlig in den Band ziehen. Zum Glück ist Galerians keines dieser Survival-Horror-Spiele, das den Kampf in den Vordergrund rückt und auch die Rätsel sind allesamt machbar. Insgesamt gibt es im Spiel so viel zu entdecken und die Story ist ein düsterer Sumpf des Grauens, mit der Implikation von ermordeten Familien, drogenabhängiger Cyberkinder, verrückter Computer und vor allem das Geheimnis der eigenen Identität, das irgendwo im Dunkeln vergraben ist. Die Geschichte ist klug, dicht und ergreifend. Bei diesem Spiel geht es um Geschichte und Atmosphäre und nicht um das reihenweise Abschlachten von Zombies. Solltet ihr also auf der Suche nach einem sehr außergewöhnlichen Survival-Horror-Spiel sein und denkt, dass ihr schon alles gesehen habt, dann solltet ihr euch unbedingt Galerians mit nach Hause holen. Galerians ist das perfekte Horrorspiel für schlaflose Nächte, denn danach könnt ihr ohnehin nicht mehr schlafen. Die Bosskämpfe sind äußerst schick, das Gameplay bereitet euch vielleicht ein wenig Frust, aber Leute mit Gedankenkraft die Birne explodieren zu lassen, ist immer großes Tennis. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Bis dann!